Hallo, ich bin Tillmann, einer der Gründer und der CEO von Jova Impact Investing. Und ich möchte dir gerne zeigen, wie du in wenigen Schritten zum Impact Investor werden kannst. Auf der Jova Webseite wählst du die Impact Themen aus, die deine Geldanlage unterstützen sollen. Zum Beispiel vegetarisches Leben, Geschlechterleistung oder erneuerbare Energien. Und genauso kannst du sagen, was deine Geldanlage nicht unterstützen soll. Zum Beispiel Waffenproduzenten, Tierversuche oder Kohleenergie. Dann teilst du uns mit, wie viel Geld du gerne investieren möchtest. Du kannst mit 2000 Franken starten. Das kannst du auch jederzeit noch ändern, selbst nachdem du investiert hast. Anhand ein wenig einfacher Fragen ermitteln wir dein Risikoprofil und dann wird deine Strategie in Echtzeit erstellt. Du siehst jedes einzelne Unternehmen, das wir dir für deine Strategie vorschlagen. Du kannst Unternehmen hinzufügen oder entfernen. Und mit jeder Änderung stellt unser Algorithmus sicher, dass dein Portfolio weiterhin risikooptimiert und voll diversifiziert ist. Und auf diese Weise kannst du kontrollieren, was dein Geld bewirkt, ohne Kompromisse beim Ertrag einzugehen. Und so schnell wirst du zum Impact Investor. Probier es mal aus auf der Jova Webseite. Es ist kostenlos und unverbindlich.